So, ich schau jetzt mal abla... Jetzt wird das Let's Play... Äh, jetzt wird der Part... Ah, ich nehme das immer mit. Ich probiere das jetzt einfach nur einmal. Ich will schauen, ob ich da unten zurückkomme. Ich glaub nämlich, dass da unten... Ah, fuck! Ich glaub nämlich, dass da unten... Ja, ich hab mir gedacht, das doch... Da unten gibt's ein anderes da... Und da kommen sie so cool so... Ui... Und es fehlt da so cool und... Das ist einfach die Physik für das Spiel. Das ist einfach so heavy cool, einfach... Okay, dann wird nicht... Dann wird nicht... Ah, vielleicht... Ich probiere jetzt den Gegensatz so zu schmeißen, dass es dem Gegner verliebt. Das ist ja noch irgendwie möglich, aber... Ich weiß nicht... Am Controller kann ich... Ich glaub, dass die Tür nicht so... Ich muss es probieren... Und jetzt? Ah! Richtungs-Tasche gedrückt halten! Alles klar! Dachte ich... Fuck! Richtungs-Tasche gedrückt halten... Oben oder so... So, jetzt nehmen wir das weltvolle Zeug damit... Du hast weltvolles Zeug mitgenommen! Gratuliere! Juhu! The Groove! Uuuu! Oh! Falsche Taste gedrückt! Genau! Oh! Das ist ziemlich cool! Da sieht man die Endgegner! Der erste Endgegner ist, glaub ich, der Popper Guy, was ich noch weiß... Waschbär, Drache, Stinktier, nochmal Waschbär... Ja, das sind die Endgänge! Sehr gruselige Musik! Ja! Genau! Boah! Da kommen Erinnerungen! So, das ist jetzt auch schon ein bisschen schwierig... Das ist ziemlich cool! Das ist ein Fisch, denn wenn man die öffnet... Da zeigt sich aneinander, was man braucht! Na? Das da brauchen wir jetzt! Wir brauchen jetzt genau den Gegenstand! Das ist nämlich der Schnabel von der Büste da! Und den gehen wir jetzt holen! Wenn man den Schnabel genau bei der Büste einsetzt... Der liegt da oben! Das war voll nix! Scheiße! 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 Ah! Wieso schaff ich das immer genau an, wenn ich hab gegen ihn gedacht? Aha! Ich hab geschafft! Juhu! Juhu! Ich bin der Pau dialyng! Ich bin der PoS-AP-N surveillance Dude! Ich bin der PoS-AP! Ich bin der PoS-AP! Ich bin der PoS-AP! Das war eigentlich doch alles noch runter sens fails. Even wenn du einen Break unsere Team erst vorbei, ja mal laut aus dir! Jetzt bist du! Ah! Ah underground lab trail. Wieso? Ich spherische Scheiße! Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das Geräusch ist so schön, das erinnert alles richtig an. Hey, du hast ein Leben gewonnen. Aber man hat kein Leben gewonnen. Das ist allerdings ein Leben, das ich dir in der Hand habe. Das muss ich mit ins Daumen nehmen. Wie üblich. Ich finde wieder einer von den coolen physikalischen Dings ist, was man da in der Serie in der Linnenspiel hat. Das ist so cool, ich finde das. Oh, mein Gott, wie viele Dings. Die Finger herumschuppen und denken, boah, das ist einfach gut. Das gehört noch. Ich mach's jetzt mal, Lobi. Wir nehmen an, weil der jetzt nicht verarbeitet ist. Weißt du, was krass ist oder so? Ich hab's überrascht. Ich hab's überrascht, wie weiß ich das. Ich hab's überrascht, ja? Ich hab's überrascht. Das ist ungeöffnet natürlich auch sehr viel, wie wir. Ich hab's überrascht. Ich muss das nur trainieren, ein bisschen mit ihm schmeißen. So, und jetzt? Und jetzt? Aha! Wow! Ich habe eine goldene Zelle! I'm the boss! Schau, du Sau! Da! Das ist so gut! So, und das Herz müssen wir natürlich auch mitnehmen. Keine Frage, ich habe ja nur zwei, weil ich so bockert bin und überall alleine lebt. Nein, ich bin nicht bockert, ich bin leichtsinnig. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht. So, jetzt bringt es so viele Punkte in der Früge. Und? F! Jetzt war der Punkt, aber ich bin auch super schön. Yay! FDW! So! Oh, jetzt kommt der... Oh, 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 oh! Das soll ich jetzt schaffen! Mit meinem... Eigentlich... Ja, genau so besser! Ach, verdammt! Ich bin so schlecht! Oh ja... Jetzt haben wir beide kaputt mitgebracht. Wie soll ich denn da ausstellen? Springen! I can't remember! Boah, das Ding ganz schön! So normal! Normal! Auf ein neues! Nein! 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 Ich bin einfach bereit! So! Diesmal provis! Ich hunderte nicht, ich bin einfach so scheiße. Schau! Aber auf Konsolen geht es viel einfacher! Na ja, gewollt jetzt auch, oder? Scheiße, das ist... Puppereitungs. Na, ich bin schlecht. Oh, cool. Sehr cool. Ich fülle, extrem schwierig gegen mich. Woh! 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 Du hast du! Tjuh! Na, für mich! Komm jetzt! Na, für mich! Ich hab für mich! Die gefährliche Musik! Ah! Wenn sie wieder kaputt sein werden. Obenduren sollen. Mächten. Gewesen. Ah! Ah! Tjuh! Wärst du gefährlich? Wow, ich wär besser! Okay, alles gewonnen, jetzt einfach. Okay. Und das schon, oder? Wie sicher ist. Na? Tjuh! Ah, nur und das schon. Sehr schön! Yay! Wow! Wahnsinn! Meanwhile! Oh, oh! Wahnsinn! Meanwhile! Oh, oh! Sie klauen mein Schiff! Sie klauen mein Schiff! Die Schweine! Die sie Gott erländigen! Ich bin nicht.